Das iMOOX-Logo, ein Smiley mit Brille. Farbige Würfel und der Schriftzug MECOMOOC. Einblendung der Folie Barrierefreie Medien, Voraussetzung für inklusive Bildung. Ein Beitrag von Dr. Klaus Miesenberger der Johannes Kepler Universität Linz. Die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft ist heutzutage allgemein anerkannt. Gott sei Dank, darüber braucht man nicht mehr zu diskutieren. Und die Teilnahme von jungen Menschen mit Behinderungen in der Schule spielt hier natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Eine initiierende Rolle, das, was man lernt, wie man lernt, mit Menschen mit Behinderungen in der Schule umzugehen, das hat initiierende Wirkung, wie Inklusion in der Gesellschaft funktionieren kann. Und neue Medien, Informations- und Kommunikationstechnologie spielt hier eine ganz besondere Rolle. Es ist eigentlich eine Binsenweisheit, wenn man sagt, Lernen ist mehr als das bloße Weitergeben von Information. Lernen ist ein gemeinschaftlicher Prozess. Wir benennen Dinge, wir arbeiten an Dingen, wir entwickeln ein gemeinsames Verständnis und so entsteht das, was unsere Kultur ist. Und bei diesem Prozess dabei zu sein, ist ganz enorm wichtig. Und genauso nicht dabei zu sein, hat entsprechende Konsequenzen für Menschen. Ausgrenzung ist die Folge dieser Abgrenzung vom gemeinsamen Lernen und hat entsprechende Folgen in der Gesellschaft. Und Medien spielen hier eine ganz besondere Rolle. Das Buch als Medium, wenn man das nicht verwenden kann, weil man das Buch nicht sieht oder weil man im Buch nicht umblättern kann, führt dazu, dass Menschen, oder führte dazu in der Geschichte, dass Menschen, die das Buch nicht verwenden konnten oder gedruckte Medien nicht verwenden konnten, ausgegrenzt wurden. Sonderschulen entstanden. Aber genauso andere Medien, wie das Radio, Radiokollegs, TV-Kollegs, ähnliche Dinge, alle Medien, die verwendet wurden, hatten Anforderungen an ihre Nutzung, die dazu führten, dass jene, die sie nicht verwenden konnten, ausgegrenzt wurden. Neue Medien, Informations- und Kommunikationstechnologie hat hier eine ganz andere Qualität. Eine neue Qualität, eine erstmalige und historische Qualität, nämlich nicht ausgrenzend zu sein. Neue Informationstechnologien sind, wie wir alle wissen, multimedial. Der Technologie, dem Computer ist es egal, ob er Informationen, die codiert im Computer vorhanden sind, ob er die in Form einer visuellen Präsentation darstellt, ob er sie auditiv wiedergibt, wenn man eben nicht sehen kann, oder für eine blinde Person, die haptisch ein sogenanntes Preildisplay verwenden kann, ob er die Information haptisch wiedergibt. Das ist egal für einen Rechner. Genauso ist es dem Rechner egal, ob ich ein Buch, Information über die Tastatur, über die Maus bediene, oder ob ich Sprachkommandos verwende, oder dem Rechner ist es genauso egal, wenn ich Gesten verwende, die über ein Video aufgenommen werden. Der Rechner ist in der Lage, sich auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten jeder einzelnen Person zu konzentrieren. Und das inkludiert auch Schülerinnen und Schüler, Menschen mit Behinderungen. Es gibt heute, seit circa 30 Jahren, eine unendliche Vielfalt von sogenannten assistierenden Technologien, die es Menschen mit Behinderungen ermöglicht. Den Computer, die Mensch-Maschine-Schnittstelle, das, was wir am Bildschirm selbst auch bedienen, Windows, Icons, Menus, Pointer zu bedienen. Die Aktionen, Drag and Drop, selektieren, wie immer sie heißen, können von Menschen mit Behinderungen genauso durchgeführt werden. Und damit hat diese Technologie eine grundsätzliche inklusive Qualität für Menschen mit Behinderungen und unterstützt das, was wir Inklusion nennen. Ja, und diese inklusive Qualität der neuen Medien können nur genutzt werden, wenn eben einige Grundprinzipien der Barrierefreiheit in der Erstellung dieser Medien mit berücksichtigt werden. Das Potenzial ist, ich möchte fast sagen, schier unendlich. Aber genutzt kann es nur werden, wenn dementsprechend Barrierefreiheit umgesetzt wird auch. Oh Gott, werden Sie sagen, neue Technologien, Barrierefreiheit, das alles sollen wir in den schon vollen Curriculern, in allen Anforderungen an der Schule umsetzen. Ich kann Sie verstehen, aber ich möchte Sie und ich kann Sie auch beruhigen. Denn vieles, was im Sinne der Barrierefreiheit umgesetzt werden soll, ist eigentlich schon in allen Werkzeugen, die Sie in der Erstellung von Medien verwenden, bereits enthalten. Und darauf möchte ich kurz eingehen, ohne lange über Richtlinienstandards der Barrierefreiheit zu reden, sondern einfach, damit Sie selbst erleben können, wie man mit einem Werkzeug umgeht, um das, was man macht, auch barrierefrei zu gestalten. Man könnte fragen, welche Werkzeuge verwenden Sie? Sie werden sich einen Texteditor verwenden, um Schularbeiten zu schreiben, um Dokumente weiterzugeben. Sie werden eine Präsentationssoftware verwenden, um Präsentationen im Unterricht zu machen, vielleicht eine Tabellenkalkulation. Vielmehr natürlich E-Learning-Systeme, aber die programmieren Sie meistens schon nicht mehr selbst, sondern wie bei einem Editor fügen Sie Information ein. Und ich möchte als Einstieg in die Barrierefreiheit und vor allem, um Ihnen die Angst zu nehmen, Ihnen sieben Prinzipien näher bringen, wie Sie mit den Werkzeugen, die Sie verwenden, Texteditoren, Präsentationssoftware, Tabellenkalkulation, vielleicht auch im Web, die Sie verwenden, die Sie einsetzen, damit Ihre Dokumente, Ihre Information barrierefrei wird. Einblendung der Folie, Prinzip 1, Sprachauszeichnung, Abkürzungen und Akronyme für inklusive Bildung. Im Folgenden wird die Umsetzung der Prinzipien im Word gezeigt. Menschen mit Sehbehinderung oder Leseschwäche nutzen synthetische Sprache zum Lesen. Auditiver Zugang zu Texten kann für viele von Vorteil sein. Damit alles gut verständlich ausgesprochen wird, muss für jedes Fremdwort semantisch notiert sein, welche Sprache es ist. Das Gleiche gilt, wenn wir Abkürzungen oder Akronyme verwenden. Der volle Text sollte im Hintergrund notiert und für den Sprachsynthesizer abrufbar sein. Einblendung der Folie, Prinzip 2, Alternative Texte für Grafiken und Video. Blinde oder sehbehinderte Menschen können mit Bildern nichts oder nur schwer etwas anfangen. Hörbehinderte oder gehörlose Menschen können wiederum Audioinformationen nicht nutzen. Auch Menschen mit Lernschwierigkeiten verstehen Bildinformationen oft nicht. Daher muss allem, was nicht Text ist, eine Textbeschreibung beigefügt werden. Dies gilt für Bilder wie hier, aber auch für Videos, denen man Untertitel und akustische Bildbeschreibungen beifügt. Motorisch Behinderte, sehbehinderte bzw. blinde Menschen können schnell Teile des Dokuments finden und durch ein Dokument navigieren, wenn die Struktur ausgezeichnet ist. Etwas fett, größer, unterstrichen und in einen eigenen Absatz zu schreiben, macht es jedoch nicht zu einer Überschrift. Das ist für uns als Lesende oder Autorinnen alle nützlich, da wir automatisch Inhaltsverzeichnisse erstellen können und mit dem Editor, Leseprogrammen oder einer assistierenden Technologie vom Verzeichnis zum Text und von Überschrift zu Überschrift springen und Text bzw. Ebenen ein- und ausblenden können. Einblendung der Folie, Prinzip 4, Tabellen Tabellen sind für Daten da, doch nicht für das Layout. Blinde, Sehbehinderte und Menschen mit Lernschwierigkeiten verlieren schnell den Überblick in großen Tabellen. Da ist es gut, dass wenn man den Inhalt einer Zelle hört, abfragen kann, wie der Titel der Spalte bzw. der Zeile lautet, in der man sich befindet. Für diese Kontextinformation muss die Tabelle mit der entsprechenden Funktion gebaut werden und nicht mittels Tabulatoren und Abständen. Einblendung der Folie, Prinzip 5, Beschriftungen Auch wenn es auf den ersten visuellen Blick klar ist, zu welchem Bild, zu welcher Tabelle oder zu welchem sonstigen Element, das den Textfluss unterbricht, eine Beschriftung gehört, für blinde und sehbehinderte Menschen ist dies nicht klar. Daher ist die entsprechende Beschriftungsfunktion zu verwenden, damit assistierende Technologien diese semantische Information nutzen können. Einblendung der Folie, Prinzip 6, Aufzählungen und Fußnoten Wenn man Aufzählungszeichen nicht sieht, kann man nur vermuten, dass man in einer Aufzählung ist. Hand aufs Herz Machen wir nicht schnell mal einfach Spiegelstriche anstatt einer Aufzählung, weil es ja offensichtlich ist? Assistierende Technologien machen auf den Beginn einer echten Aufzählung aufmerksam, genauso auf einzelne Elemente und das Ende. Und man kann alles auf einmal überspringen, wie mit den Augen. Auch bei Fußnoten springen wir mit unseren Augen hin und zurück. Blinde und sehbehinderte Menschen können das aber nicht. Motorisch behinderte Menschen können nicht so einfach an das Ende scrollen. Sind Fußnoten oder Endnoten als solche ausgezeichnet, kann man mit einem Klick oder mit assistierender Technologie hin und her springen. Das hilft jedem. Einblendung der Folie, Prinzip 7, Barrierefreiheit prüfen Nicht zuletzt haben die meisten Autorinnen-Werkzeuge heute bereits Check-Tools integriert, die uns auf Probleme mit der Barrierefreiheit aufmerksam machen. Dies sollten wir für obige Probleme nutzen. Diese Tools finden auch noch andere Fehler, wie zum Beispiel Farbkontrastprobleme oder die Auszeichnung der Reihenfolge von Elementen, die den Fließtext unterbrechen. Wenn man aber Barrieren vermeidet und auf leichte Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten setzt, ist schon viel erreicht. Ein Büro wird eingeblendet, Klaus Miesenberger sitzt an einem Schreibtisch. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, aber das ist ja alles trivial. Und Sie haben recht. Es sind Funktionalitäten, die in jedem Standard-Tool, mit dem wir Medien gestalten, bereits vorhanden sind. Es gibt natürlich viel komplexere Fragen der Barrierefreiheit. Dafür gibt es Standards. Web Accessibility Standard, Software Accessibility Standard, E-Learning Barrierefreiheit Standards. Das sind komplexe Fragen, aber mit denen beschäftigen sich Entwicklerinnen und Entwickler, mit denen sie kooperieren sollen, denen sie näher bringen sollen, dass Barrierefreiheit berücksichtigt werden muss. Und natürlich gibt es auch Expertinnen in der Inklusion, in Zentren für die Inklusion, die sich mit Themen Mathematik, Chemie, Biologie und anderen komplexen Fächern auseinandersetzen. Dort ist das Wissen für die unterschiedlichsten Zielgruppen, Menschen mit Behinderungen, die sie unterstützen können. Und das Zentrale ist, diese Ressourcen, dieses Wissen zu nutzen, zu organisieren, damit Inklusion auch gelingen kann. Und damit darf ich zusammenfassen, Punkte, die wichtig sind, damit Inklusion gelingen kann. Erstens, sich bewusst zu sein, dass Inklusion und Barrierefreiheit wichtig ist. Zweitens, ein grundlegendes Wissen über die unterschiedlichen assistierenden Technologien, wie Menschen mit Behinderungen mit diesen Technologien umgehen. Drittens, diese Funktionalitäten, die wir vorher gezeigt haben, die in allen Werkzeugen, mit denen sie Medien gestalten, vorhanden sind, dass sie diese Funktionen kennen. Und viertens, Organisation, Kooperation mit Expertinnen und Experten, damit diese Ressourcen und dieses Wissen für sie in ihrer konkreten Situation des Unterrichtes verfügbar werden. Danke. Einblendung der Folie Bildungstv, ein Service der Education Group 2018, Land Oberösterreich. Der Nachspann mit Quellenangaben und Produktionsdetails wird eingeblendet. Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet.